In diesem Video habe ich dir noch mal einige Aufgaben mitgebracht und wie immer gilt, probiere doch gerne mal, ob du die schon alleine hinbekommst, dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Ich fange dann also mal an. 10 hoch 5 zum Reinkommen, was bedeutet das denn noch mal? Das ist eine Kurzschreibweise für 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Also 5 mal steckt diese 10 hier drin. Und in diesem Fall multiplizieren wir diese 10 hoch 5 ja nicht mit einer Zahl. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier das Ganze mal 1 hätten. Einmal. Das würde das ja nicht verändern. Einmal 10 hoch 5 ist immer noch 10 hoch 5. Aber das hat einen Vorteil für die Vorstellung, was wir hier machen. Denn jedes Mal, wenn wir das mit 10 multiplizieren, hängen wir hier quasi eine 0 an. Das heißt, von der 1 wandern wir zu 10 mal 10 wandern wir zu 100 mal 10 zur 1000 mal 10 zur 10.000 und mal 10 zur 100.000. Und dabei ist diese 1, die ja vorher an der Position der 1 war, 5 Schritte nach links geschoben worden. Diese Position ist die 10er, 100er, 1000er, 10.000er, 100.000er Position. So. Und das heißt, so ist die 5 Schritte hier nach links gewandert. Und diese Vorstellung, dass sich Stellen verschieben, die können wir auch bei den ganzen unteren Beispielen anwenden. Deswegen habe ich hier noch diese 1 hingeschrieben und nicht nur einfach 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Da kämen natürlich auch unsere 100.000 raus. So. Wie wenden wir das jetzt auf die 67 mal 10 hoch 5 an? Die 7 steht in diesem Fall in unserer einer Stelle. Und auch diese 7 wird mit 10 hoch 5 multipliziert und wird somit 5 Schritte nach links wandern. Also in die 100.000er Stelle. Und damit das hier die 100.000er Stelle ist, müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Nullen hintendran hängen. Und das funktioniert auch für die 6. Ich nehme mal eine andere Farbe hier. Also diese 6 hier, die war davor bei den 10ern. Und wandert jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Schritte nach vorne. Weil wir hier 5 mal mit der 10 multiplizieren. Und somit wäre das jetzt die Stelle der Millionen, wenn ich hier noch Punkte hinsetze. Und das Ergebnis ist damit 6.700.000. Die Regel funktioniert ja auch mit Nullen dranhängen. Aber dieses Verschieben der Stellen ist allgemeiner und damit meiner Meinung nach die bessere Vorstellung hierzu. Machen wir mal weiter. 57 Millionen geteilt durch 10 hoch 4. Wenn wir durch 10 hoch 4 teilen, wandern wir in die andere Richtung. Wir werden hier also kleiner. Und das heißt, unsere 7 hier wandert mit jeder Division durch 10. Und das machen wir hier viermal einen Schritt nach rechts. Also erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Damit, also diese 7 wird nun an der 100er Stelle stehen. Und damit wir wissen, dass das die 100er Stelle ist, müssen wir also noch zwei Nullen dranhängen. Und das gleiche können wir mit der 5 hier machen. Also auch 1, 2, 3, 4 Schritte. Dann sind wir eine Position davor. Und somit sind das 5.700. Und tatsächlich hätten wir uns das auch vorstellen können, als das Streichen von Nullen. Also wenn wir hier 1, 2, 3, 4 Nullen weggestrichen hätten, bleiben hier auch unsere 5.700 übrig. Aber diese Vorstellung des Verschiebens ist wie gesagt die allgemeinere. Denn die funktioniert auch, wenn wir eine Kommazahl haben, was wir uns unten gleich nochmal anschauen. Ich habe diese Aufgabe hier auch nochmal als Bruch dargestellt. Und das ist tatsächlich genau die gleiche Aufgabe. Wir haben hier auch unsere 57 Millionen geteilt durch 10 hoch 4. Und dieses geteilt kann ich in einem Bruchstrich schreiben. Und die 10 hoch 4 habe ich jetzt mal ausgeschrieben. Und hier können wir jetzt quasi schrittweise dividieren. Auf beiden Seiten das gleiche machen. Also wir kürzen. Und zwar wäre das in diesem Fall mit 10 hoch 4. 10 hoch 4. Und was das bedeutet, jedes Mal wenn wir durch 10 dividieren, streichen wir eine 0 hier weg. Noch eine 0, noch eine 0 und noch eine 0. Und dann bleibt auch in diesem Fall hier gerade 5.700 einer übrig, was natürlich genau das gleiche ist wie 5.700. Das hier ist also wirklich exakt das gleiche. Es ist nur eine andere Darstellung. Und ich dachte, es wäre vielleicht praktisch, dass du mal gesehen hast, dass wir uns das auch so mit Brüchen vorstellen können mit dieser Division. Denn dieser Fall, dass wir hier Nullen wegstreichen, der kommt immer mal wieder vor. Also, machen wir weiter mit den letzten zwei Beispielen. 72,1. Ich schaue mir hier die 1 an mal. Und diese wandert ja drei Schritte nach links. Denn wir werden hier immer größer. Das heißt, 1, 2, 3. Sie wandert von den Zehnteln in die Hunderter. Und damit ich weiß, dass das jetzt die Hunderter sind, muss ich noch zwei Nullen hinten dran schreiben. Das ist also unsere neue Stelle an der Hunderterstelle. Und genau das gleiche können wir mit der 2 und der 7 machen. Die wandern dann eben noch einen Schritt weiter jeweils. Das heißt, die 2 wandert von den Einern in die Tausendern. Und die 7 hier, die wandert von den Zehnern in die Zehntausender. Und somit haben wir 72.100. Und das hätte ich mir auch vorstellen können, als das Verschieben des Kommas nach rechts. Das Komma wäre ja jetzt in diesem Fall an dieser Stelle hier. Und somit ist das die gleiche Vorstellung. Aber hier verliert man, finde ich, so ein bisschen diese Vorstellung, was wir überhaupt machen. Verschieben wir das Komma jetzt nach links oder nach rechts? Das kann ich mir persönlich schlechter merken, als die Vorstellung, okay, 10 hoch 3 mal 1000, wir werden größer. Das heißt, jede Stelle wandert in eine größere Stelle nach vorne. Letzte Aufgabe. 56 geteilt durch 10 hoch 3. Wir werden also kleiner. Und das heißt, dass diese 6 hier drei Schritte nach rechts wandern. Hier müssen wir uns das Komma dafür denken. Und somit, wenn wir hier drei Schritte gehen, ist jetzt hier ein bisschen eng. Aber ich hoffe, du kannst dir vorstellen, dass wir erst in die Zehntel, dann in die Hundertstel und somit in die Tausendstelstelle wandern. Und um zu wissen, dass das die Tausendstelstelle ist, brauchen wir hier noch zwei Stellen davor. Und in eine dieser Stellen wandert die 5 hinein. Die geht nämlich auch drei Schritte zurück und landet so von den Zehnern gerade in den Hundertstel. Und jetzt ergänze ich noch die fehlenden Nullen, damit wir wissen, das ist nicht 56, sondern 0,056. Auch hier hätte die Vorstellung funktioniert, dass ich das Komma hier nach links verschiebe und mir hier vorne noch Nullen vorstelle. Also wenn ich mir hier noch zwei Nullen vorstelle, ist das Komma hier 1, 2, 3 Schritte nach links gewandert. Ich finde aber, wie gesagt, die Vorstellung mit dem Verschieben der Stellen etwas hilfreicher. Wie immer hoffe ich, dass das Video hier für dich hilfreich war. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben.